Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Simo Trans mit dem Comic Pack. Ja, wir waren letztes Mal an dem Bahnhof. 122 sind hier zugestiegen gewesen, ne, sind hier drinnen gewesen am Bahnsteig und da sind es jetzt nur noch 46, also da hat einige mitgenommen. Und hier geht es noch nach Zittau weiter, nach Jena, nach Mettmann wieder zurück. Das war jetzt auch noch, weil die da zugekommen sind und hier auf die Peterstraße. Also es sieht hier eigentlich auch nicht schlecht aus. Wir müssen nur Zittau, WSD, lassen wir mal die Finger von, ne, da war wieder nix. Wir müssen nur gucken, wie wird Zittau, ah, die sind da gerade unterwegs, die Kutschen. 3, 4 an der Zahl sogar, hm. Zeitlich vielleicht nicht die ideale Geschichte, aber warte mal, da ist Zittau schon, ich dachte, das wäre noch weiter gewesen. Wie sieht denn Zittau aus? Da stehen 26 zu zurück wollen. Das sind, geteilt durch 6 sind, 24 durch 6 geht, das sind halt 4. 4 Kutschen. 4 Kutschen machen da jetzt auch drauf, glaube ich, ne, oder? Ja, 4 Kutschen sind da drauf. Mal gucken, wie wir wollen da noch mal, hier hab das, hier den Bahnhof 49 warten und davon wollen 33 nach Zittau. Ich glaube, wir machen hier noch eine Kutsche mehr drauf. Oder wir würden das mit der Bahn verlängern. Vielleicht macht das mit der Bahn verlängern mehr Sinn, ne? Ja, da müssen wir mal überlegen. Ich lass das erstmal so, haben wir im Hinterkopf, ne? Irgendwann sagt mir einer, du hast Zittau vergessen. Auf jeden Fall ist mit man so, dass wir da was tun müssen. Der Michael Friedrich hatte geschrieben, dass er das hier anders organisieren würde. Ist auch eine gute Idee, die er gesagt hat. Zwei Kutschen für den Bahnhof und der Rest für die Stadt. Das machen wir auch so. Allerdings gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Hier steckt ein Zug fest. Das ist bestimmt wieder da oben bei Roslauer. Genau so ist es. Warum fährt der denn jetzt hier nicht rein? Weil das kein Ausweichsignal ist, wetten. Da haben wir ein falsches Signal dann gesetzt. Das würde bedeuten, wir müssen da hin. Und Ich glaube, das kann man nicht da drüber setzen, ne? Oder? Ne, da müssen wir das Signal für entfernen. Ich hoffe, das ist richtig, dass wir einfach dieses Werkzeug nehmen und da ist es weg. Ja, das hat geklappt. Jetzt fährt er da auf jeden Fall nicht mehr hin. Jetzt ist er da blockiert, auch gut, ne? Jetzt ist das das richtige, glaube ich. So, da haben wir daneben geklickt. Steckt fest, ist erledigt. Zug einmal anwählen. Einmal da hinsagen. Und dann da wieder hinsagen. Ach, jetzt steht er natürlich an der falschen Stelle, ne? Aha. Dann doch da erst. Dann fahren wir gerade da vor. Wir können das mal gerade vorspulen, bis er an dem Signal vorbei ist. Anhalten. Und jetzt doch da. Hat den Stopp da und hoffe, der fährt jetzt aber hier lang. Ja, passt jetzt. Okay, falsches Signal gesetzt. Alles klar. Das sieht aber erst mal gut aus. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind. Ob wir da die halte Bahnhöfe alle gemacht haben oder nicht. So, Roslau ist geklärt. Karte ist hier. Wir waren hier, oder? Zittau war klar. Haben wir drüber gesprochen. Weil jener der letzte Halt war. Da waren wir stehen geblieben. Das ist noch die Frage. Ich glaube, aber hier waren wir überall, ne? Oder? Das haben wir soweit geguckt. Ich glaube, wir sind über das Dingens schon gegangen. Sag schon über die Listenverwaltung und Haltestellen, oder? Wartend. Und so. So met man. Ach so, da müssen wir jetzt auch noch die beiden Postkutschen ändern und so, ne? Dann machen wir das erst mal. Wie machen wir das am glücksten? Neue Linie. Ne, das war falsch. Das brauchen wir. Die soll heißen. Nehmen wir die Stadtbus. Rad. Naja. Rathaus nicht erst im Bahnhof, weil er im Alphabet vorne ist. Und dann Rathaus. Schuss. Und passt erst. Also nur einen davon abnehmen. Beziehungsweise zwei waren das, ja? Ist noch nicht dran, ist noch nicht dran, ist noch nicht dran, ist jetzt dran. Fährt jetzt wohin? Errkönigweg. Das bedeutet, er hat auch gerade niemanden dran. Das heißt, wir können den Fahrplan auch gerade wunderbar umstellen. Ah, wir müssen das noch namentlich nochmal ändern, weil Bahnhof Rathaus, das reicht uns nicht so ganz, ne? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da ganz oben. Ne, eigener Fahrplan war falsch. Der sollte schon sein. Und Schuss und hoffentlich ist das jetzt da drin. Findet keinen Weg. Ja, kann er auch nicht, ne? War klar. Ich glaube, wir haben die Linie zwar gemacht, aber wir haben keine Haltestellen hinzugefügt, nur namentlich erwähnt, ne? Toller Fahrplan, ne? So. Und da muss natürlich noch mit Mann Ende. Ich glaube, jetzt passt es aber, oder? Fährt er jetzt? Müsste eigentlich, ne? Eigener Fahrplan. Jetzt aber, oder? Ja. So, achso, äh. Ja. Fährt er auch da hin? Ne, den wollte ich nicht. Wollte den anderen. Jetzt habe ich ihn. Der fährt auch gerade in Erlkönig und der hat auch gerade kein Ding ins. Ne, warte, das ist verkehrt. Wollt's denn hier hin? Mettmann Bahnhof, da auswählen. Schuss. Und sollten beide da hinfahren und dauerhaft. Und der dritte fährt den Ding ins ab. Der fährt jetzt auch einmal hier hin, ist mir aber egal. Das ist auf jeden Fall gar nicht verkehrt, weil ich glaube, auf den anderen Stationen sind noch gar nicht so viele Leute. Da wird's bestimmt passend sein, dass er da hinfährt. Wir können da ja mal reingucken. Drei, okay, ist eine halbe Kutsche. Das sind zwei, das ist, ja, das. Da kann er ruhig, glaube ich, einmal anders fahren, noch, also zum Bahnhof mitfahren. Das macht, glaube ich, kein Problem. So, da haben wir diese Stelle auch erledigt. Und das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur weiter gucken. Hier ist ja auch alles abgedeckt, sehr schön. Jetzt weiß ich aber nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren bei Jena und dann nach Zittau gegangen. Wir sind jetzt gerade eben schon bei Roslau gewesen. Da sah es auch gut aus. Da war ja der feststeckende Zug. Wegen falschem Signal. Dann würde ich sagen, gehen wir hier oben mal hin. Warte, wir hatten ja die Liste, glaube ich. Das war's, ne? Wir haben in den Listenverwaltungen, haben wir schon geguckt. Der Rest haben wir schon geguckt. Die Listenverwaltung. Wir sind nicht Typ, sind wartend. Und wir sind so rum, nicht so rum, oder? Da wartet einer und da warten 13. Wie, jetzt warten in Dingens keine mehr? Ja, dann ist das so, ne? Zittaurathos ist klar. Da kommen irgendwann gleich die Kutschen an. Die können 24 Leute mitnehmen. 4 mal 6 ist 24, ja. Die sind schon ein Stück... Ach, die waren schon da, okay. Ah, das wehrtet aber, dass da... Vielleicht noch zwei Kutschen doch mehr drauf können. Ach so, das war die Geschichte, wo ich gesagt habe, wir können da auch eine Bahn hinbauen, ne? Ja, wenn da jetzt schon zwei stehen, ne? Jetzt lass uns gerade mal gucken, wie viel hier nach... Dingens wollen, sag schon, nach Zittau wollen. 33, komm, zack, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir verlängern da mal die Bahn. Äh... Das machen wir zu. Das machen wir auf. Wir brauchen dieses Gleis. Müssen wir gucken, wie wir jetzt idealerweise da anschließen. Eigentlich müssen wir jetzt hier den rausziehen, ne? 5. Ich ziehe den mal bis hierhin. Obwohl wir den nie so lange haben werden, erst mal. Und überlegen dann, wie wir dann am besten da hinten hinkommen. Ja, da sind aber viele Ebenen, die wir hoch und runter müssen, ne? Nach da oben müssen wir... Hier so lang. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie wir sitzen. Dann fährt er sowieso... Ich wollte versuchen, so wenig wie möglich Höhenunterschiede zu haben, aber er fährt tatsächlich auch über den höchsten Berg. Muss er auch fast, ne? Ja, lassen wir so. Ja, ist so. So, dann brauchen wir einen Bahnsteig. Eins, zwei, drei... Wir machen schon mal vier lang. Ja, das passt erstmal. Zittau-Rathaus wird dann angefahren. Jetzt müssen wir gerade nur gucken, da kommt der Dampfer ja schon. Wie die Verbindung heißt hier. Straße, Personenzug weiter statt, den müssen wir jetzt ändern. Fahrplan ist jetzt Metmanjena. Dann Zittau. Und dann Jena. Und dann wieder Metman, dann passt das. Okay, bei der nächsten Runde läuft das dann schon. Gut, wir lassen die aber erstmal noch die Kutschen fahren, weil... Ja... Das dauert ja noch, bis der Zug wieder kommt. Und ich weiß nicht, die müssen ja auch sowieso erstmal leer werden. Und dann muss man auch gucken, wo ist denn die nächste? Hier oben ist schon einer. Die wird ja noch Fahrgäste haben, ne? Ja, einer ist da schon eingestiegen. Der Rest wartet schon auf den Zug, oder was? So, sehen wir jetzt. Ausgestiegen sind sie und wir werden auch wieder voll einsteigen. Warum der erste jetzt leer ist, ist dann die nächste Frage, ne? Kümmern wir uns aber auf jeden Fall darum, dass da der Zug das dann macht. Zittau 41, dann kriegen wir das schon hin. Okay, haben wir das. Da fährt der Zug. Jetzt wird es hier wahrscheinlich dann... Ne, hier ändert sich ja nichts. Hier haben wir auch schon zwei Bahnsteige, ne? Okay. Warum haben wir hier zwei Bahnsteige? Ja, nur wegen Dingens. Ja, müssen wir mal gucken. Nur wegen Gepäck, ne? Briefe. Weil die auch schon irgendwo fahren, oder was? 21 hat er jetzt mit. Der räumt hier auf. Die sind intern, der fährt in die andere Richtung intern. Die fahren in die andere Richtung. Ja, alles intern und andere Richtung passt. Also die gingen alle rein, auf jeden Fall. Sehr gut. So, Liste wieder aufrufen. Mach ich bestimmt schon zum nächsten Mal, ne? Zittau ist klar jetzt. Das ist nix. Hier steht Bezeichnung. Wir wollen aber warten, ne? So, Mettmann. Oslau sind 63. Die sind aber am Hafen am warten. Lübecker Rathaus. Okay, das heißt, diese Kutsche kommt so ein bisschen nicht nach, ne? Kann das sein? Wo ist der Zug, der ist da? Hm. Man könnte die Linie verlängern, ne? Die Eisenbahn hier. Macht das Sinn? Ne, wir müssen intern noch weiterfahren. Wenn wir hier durchziehen, würde die Stadt zweigeteilt werden durch die Bahn und dann würde die sich wieder nicht entwickeln. Da war was, ne? Null Prozent beladen. Gut, das bedeutet, wir müssen da noch Kutschen hinschicken. Von hier aus. Gespannen. Der. Und Linie ist. Stadtbus Roslau muss das ja sein, ne? Roslau, Süd Roslau. Gute Frage. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ne? Seelenbinderstraße. Ist schon mal geklärt. Die ist es nicht. Dann ist es Roslau Süd, oder was? Ja. Aber da fährt gleichzeitig noch die Kolumberg-Siedlung an. Die ist da. Das ist das, wo gar nichts ist. Das ändern wir dann. Die nehmen wir raus. Und das nehmen wir auch raus. Beziehungsweise nennen das Hafen. Rathaus. Schuss. Weil dann fährt der nicht extra noch da hin. Man fährt nur noch hin und her. Das macht Sinn. Und das heißt, hier ist das. Und wir kopieren das einmal und setzen zwei da mehr drauf. Ich glaube, das ist so schon ganz richtig. Hier ist ja noch kein Häuslein dran. Das müssen wir dann bedenken, immer schön. Wenn da ein Haus kommt, müssen wir das unbedingt anbinden. Man müsste jetzt hier so eine Marke setzen können, dass das deaktiviert ist. Aber das geht ja nun mal nicht. Gut. Ist das erstmal geklärt? Und dann würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Will mich freuen, wenn wir es nächstes Mal auch wieder mit dabei sein. Falls ihr noch kein Auber macht, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, richte mit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.